Ich habe immer einen Ball mit mir mit, bevor ich rausgehe. Ich bin so am Tangeln, mache mich ein bisschen locker. Und irgendwas hat so angefangen zu riechen. So richtig gut. Und ich mache so. Guckst du nach links? Ich sehe, nehm mal. Ich denke mir so, scheiße, was ist hier los? Und das war alles so wie ein Film, wirklich so richtig unreal. Als würdest du irgendwas virtuelles spielen. Und ich denke mir so, was ist hier los? Auf einmal von hinten kommt so Messi. So am Reden und so. Das sah alles so richtig unecht aus. Und auch beim Aufwerben, ich gucke ganz da rüber. Ich gucke ganz da, was machen die jetzt? Ich mache ganz da so. Ja, okay. Und dann hat das Spiel begonnen und ab da war es dann. Welcome back zum Athletic Room Podcast. Unser heutiger Gast hat diverse Stationen im Fußball bereits durchlaufen, spielt aktuell in Frankreich und ist österreichischer Nationalspieler. Ich freue mich heute, Mohamed Can begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen. Freue mich da zu sein. Tschüss. Tschüss. Genau, ihr habt euch direkt schon wahrscheinlich gewundert, lange nicht mehr gehört. Hiswil ist nämlich heute auch mit am Start. Genau, was geht ab, Leute? Ich bin wieder back. Der vermisse so unmäßig. Sehr, sehr geil. Genau, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die meisten werden sich später vor allem wundern über deinen Werdegang. Wie kommt es, dass du heute hier in Hamburg bist? Was ist der Bezug zur Stadt? Ich mag es ab und zu manchmal, mit meinem Freund in Hamburg zu sein. Und ich und der Hiswil haben eh ab und zu Kontakt. Und er hat mich schon seit Längerem gefragt. Und jetzt war der perfekte Zeitpunkt. Und ich freue mich, hier zu sein. Perfekt. Nice. Ich danke dir, Mo. Ganz übliche Praxis bei uns. Erste Kategorie, Pulling Back the Curtain. Ich habe versucht, dir am Anfang schon einen kleinen Sneak Peek zu geben. Und ich würde mit dem ersten Artikel anfangen. Und dann kannst du es mal ein bisschen einsortieren. Marder schwärmt über Ex-Schützling Mohamed Cham. Er wird ein Großer. Ja, das war mein Trainer bei Lussenau. Bei Lussenau hat halt alles angefangen, wieder gut zu werden. Und ja, der war halt für mich da, seit dem Zeitpunkt, wo ich dann angekommen bin. Weil der wusste, es war ein bisschen schwierig für mich. Weil das halt meine zweite Leil dann war. Aber dazu kriegt ihr später mehr. Und ja, der war auf jeden Fall für mich da. Und der hat mich dann halt wieder aufgebaut. Und hat dann halt versucht, das Maximum aus mir rauszuholen. Und das hat er dann. Und der weiß halt, dass bei mir noch viel mehr geht. Und ich glaube, deswegen hat er das dann auch gesagt. Wie schätzt du im Fußball allgemein so Supporter oder auch Trainer ein? Also was für einen Stellenwert haben die für vor allem junge Talente? Einen sehr großen. Also vor allem für junge Spieler. Es fängt dann jetzt erst an mit dem, keine Ahnung, mit dem Hate. Oder dass Leute dich sehr doll mögen. Und damit umzugehen ist halt sehr wichtig. Und spielt auch eine große Rolle für junge Spieler auf jeden Fall. Absolut verständlich. Du hast eben schon angerissen. Das war ja deine zweite Laie. Wir werden auch gleich noch an den Anfang springen, wo überhaupt deine gesamte Reise angefangen ist. Du bist ja jetzt auch in der Ligue 1 aktuell tätig. Hast eine ganze Saison dort durchgespielt. Und während dieser Saison, und deswegen kommt auch unser zweiter Artikel zustande, wurdest du zu einer gewissen Art und Weise eingeladen. Und der Artikel folgt. Rangnick nominiert Dubitanten Mohamed Cham und Romano Schmid. Vielleicht kannst du das mal kurz einsortieren. Ja, das war halt mein Debüt dann für die Nationalmannschaft. Ja, es ist halt ein bisschen eine lustige Story, weil ich es halt nicht erwartet habe. Also ich habe keinen Anruf oder so vorher bekommen. Es war so, dass er mich vorher angerufen hat, natürlich, eine Woche vorher. Und habe mir halt davon erzählt, dass da eine Chance ist, dass ich dabei bin. Aber ich es offiziell nicht wusste. Aber da hatte Rangnick schon angerufen? Ja, genau. Er hat angerufen, um zu fragen, wie es mir geht. Blablabla, die kleinen Sachen halt. Und ja, dann wusste ich halt, dass ich dabei bin. Aber auch so vom Freunden her, weil wir dann alle geschrieben haben. Und dann war ich dabei. Und der Roman auch, weil wir kennen uns schon von der U21. Wie war denn deine Historie sozusagen beim ÖFB? Also hattest du dann schon alle Nachwuchsabteilungen durchlaufen? Oder wann fing es bei dir an? Um ehrlich zu sein, bei mir war es halt ein bisschen anders. Als bei den ganzen Talenten aus Österreich, weil ich war nicht im Radar wirklich. So U15, U16 war ich nie dabei. Dann war ich einmal dabei in der U19, wo ich in Wolfsburg gespielt habe. Und danach war ich auch weiterhin dann nicht mehr dabei. Und dann hat es halt wieder angefangen, wo ich dann in Österreich auch wieder gespielt habe. Da ich dann in der U21 wieder dabei war. Total verständlich. Lass uns auf jeden Fall später nochmal über das Thema Nationalmannschaft sprechen. Wir würden jetzt, glaube ich, hier erstmal einen Cut machen, oder? Dann gehen wir mal zum Anfang. Wo hat es bei dir angefangen? Was war deine erste Station? Meine erste Station war in Österreich. Bei einem kleinen Verein, der hieß Red Star Pensing. Aber ich kann mich irgendwie nicht so richtig an diese Zeit erinnern, um ehrlich zu sein. Aber wo ich mich erinnern kann, war dann ab den Zeiten, wo ich in Deutschland war. Dann war das ein kleiner Verein, der hieß Tos Rickling. Wo in der Nähe ist das? Das ist halt in meiner Gegend. Ja, ist auch Rickling die Gegend. Was ist so die nächstgrößte Stadt bei euch? Also es ist in Hannover. Ach so, das ist in Hannover. Ja, in Hannover. Das heißt, alle Hannover-Fans werden mich jetzt wahrscheinlich schon wieder haupten, wenn ich mit den Stadtteilen nicht auskenne. Vielleicht, was auch noch interessant ist, du bist ja aber in Österreich geboren. Genau. Und dann bist du mit wie vielen Jahren rüber? Genau, also ich bin in Österreich geboren. Habe dann da alleine mit meiner Mutter und meinem Onkel gelebt. Mein Vater war aber schon in Deutschland, in Münster. Und meine Mutter hatte ein bisschen Probleme und sie hat mich dann nach Afrika geschickt. Und ich war dann zwei Jahre in Afrika. Ernsthaft? Ja, ich war zwei Jahre in Afrika. Crazy. Wo kommt deine Mutter her? In Gambia. Ich war zwei Jahre in Gambia. Und dann hat mein Vater mich nach Deutschland geholt. Und da hat es dann halt angefangen mit Tos Rickling, wo ich dann Fußball gespielt habe. Also erinnerst du dich noch an die Zeit, als du in Afrika warst? Nee, gar nicht komisch. An was ich mich erinnern kann, war ich bald der Liebling von meiner Oma. Und es waren halt immer alle neidisch auf mich, weil ich halt zum Essen bekommen habe, was ich wollte. Ich habe immer Pizza gerne gegessen und sie hat es mir immer geholt. Und daran kann ich mich schon erinnern, aber sonst nicht so wirklich an die Zeit. Crazy. Ja, ich wusste wirklich auch nicht mal, ob ich wirklich Fußball gespielt habe in dieser Zeit. Ich habe mal darüber nachgedacht, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe allgemein auch so gemerkt, wirklich ab einem gewissen Alter, vor allem auch in dieser ganzen Fußballzeit, man hat irgendwie so viel Zeug, dass man irgendwann so Sachen auch vergisst. Ja, auf jeden Fall. Du hattest jetzt gesagt, du warst dann nach Deutschland gekommen. Dort hattest du deinen ersten Jugendverein. Wie lange warst du da sozusagen, ich nenne es jetzt mal einfach im normalen Fußball? Wahrscheinlich am Anfang war es gar nicht ein Thema für dich. Ja, also ich war bei dem Verein fünf, sechs Jahre, würde ich sagen. Und das Gute an dem Verein, weil das waren auch meine Freunde, weißt du. Und wir haben dann alle in derselben Gegend gewohnt, halt wirklich 24-7 miteinander gewesen. Ob wir Training hatten, ob wir dann selber Fußball spielen waren. Also ich war immer um die Leute herum und ich habe es auch wirklich sehr, sehr genossen. Und ich kann mich auch erinnern, damals, wo es angefangen hat, ernster zu werden, hatte ich halt Probetraining bei gewissen Bundesligasen, halt in der Jugend. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann halt ein offizielles Angebot hatte. Aber ich will ja jetzt den Verein nicht sagen, offizielles Angebot hatte. Und mein Vater und ich dann halt so am Reden waren. Und ich meinte dann halt, was soll ich machen, wenn ich gegen Tuss Rickling spiele? Weil ich halt so sehr, so Jungs, also wirklich, das waren wie Brüder für mich. Und dann meinte halt mein Vater, dass ich noch nicht bereit bin, zu einem Bundesligasen zu gehen. Und ja, dann war ich immer noch weiterhin da. Und dann irgendwann war es halt der richtige Zeitpunkt dann nachher. Weißt du noch, wie alt du da warst? Ja, ich kann so zwischen 11 und 13, 14 sowas. Und mit welcher Position hast du angefangen zu spielen? Ich war schon immer offen, also ich war Stürmer damals. Auch immer Tore, sehr, sehr viele Tore geschossen. Ja, das war echt so in der Jugend. Stark. Und dann hast du ja deinen ersten Wechsel sozusagen in den Leistungsbereich gemacht. Nach Hannover. Oder das war ja dann wahrscheinlich auch nicht weit von der weg. Genau, dann bin ich zu 96 gewechselt. Und ich glaube, damals war das auch der perfekte Zeitpunkt für mich. Weil irgendwann war es so, es fängt halt an mit Auswahlmannschaften, es fängt an mit Nationalmannschaften und alles. Und da musst du halt schauen, dass du auch in einem guten NLZ bist. Und damals war Hannover ein gutes NLZ. Und ich komme hier aus der Stadt, deswegen hat es schon gepasst. Ja, genau. Und dann habe ich halt da drei, vier Jahre verbracht. Dann ging es weiter. In dieser Zeit, das war dann U15? War das das erste Jahr von dir? Nee, U13 war ich schon da. U13 warst du schon da? U13 bin ich zu Hannover gegangen. Krass. Ja. Okay. Ich hatte mich jetzt eher so basierend auf deiner Erzählung so vorgedacht, okay, U15. Und dann nicht, dass es irgendwann zu spät ist. Nein, nein. Also U13 bin ich dann da hin. Weil es halt halt schon, wir haben so eine Auswahl, da ist eine Frau. Sind halt alle aus Niedersachsen. Und da war es halt schon so, waren halt Hannover Stützpunkt, Hannover Spieler, Spieler von Braunschweig, Spieler von halt ganzem Norden, weißt du? Wie war das allgemein? Weil das habe ich mich immer gefragt. Wir waren zum Beispiel jetzt mit den ganzen Jungs, die vorher auch schon im Podcast waren, die kommen ja häufig aus Hamburg. Dann haben wir immer bei der Hamburger Auswahl gespielt. Und das heißt, ich sage mal, der Bereich ist relativ klein. Und ich dachte immer so, bei der Niedersachsen Auswahl, das ist so groß. Und dann fahren die, keine Ahnung, aus dem Süden plötzlich dann zum Training. Oder wie macht ihr das? Also wie war das immer? Nee, nee, es war eigentlich auch nicht so groß wie in Hamburg. Also es war ein bisschen größer, aber wir hatten halt Spieler von Braunschweig, Spieler von 96 und Spieler von Wolfsburg. Das sind halt drei Vereine, drei gute Vereine. Und dann waren halt immer so drei, vier gute Spieler, die halt noch beim Dorfferein spielen. Und ich war halt einer unter denen. Aber ich wollte dann auch irgendwann halt auch in so einer NLZ, weil damals kamen die mit 96 Taschen Balls. Ich wollte auch sowas haben. Das war schon cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Und ja, dann bin ich halt zu Hannover gegangen. Gibt es noch etwas, wo du dich dran erinnerst zu deiner 96-Zeit? Also ich sage mal so, es bedeutet doch schon einem etwas, wenn du in der Stadt auch so aufwächst und dann für den Verein spielen kannst, oder? Ja, auf jeden Fall. Manchmal sind wir auch so durch die Stadt extra gegangen mit Hannover-Klamotten und damit wieder bei Hannover. Aber ja, ich muss sagen, jetzt für mich habe ich viel aus der Zeit in Hannover gelernt, was mir dann halt mental auch geholfen hat, weil ich schon früh Sachen einstecken musste, die man in dem Alter wirklich nicht machen will. Und ja, das hat mir auf jeden Fall halt für heute sehr geholfen, ja. Du bist ja dann zu Wolfsburg, war deine nächste Station zur U17. Wie war das für dich, weil ich sage mal, das ist ja immer noch so Jugendfußball, aber Wolfsburg ist ja schon ein größeres Ding als Hannover, vor allem im Jugendbereich noch. Wie kam der Kontakt zustande und wie kam dann auch die Entscheidung, dass du gesagt hast, ey, Wolfsburg, das ist für mich der nächste große Schritt? Es war so, dass der Trainer damals, der Herr Brauer, der ist leider verstorben. Ich glaube, John hatte ihn nämlich einmal erwähnt. Das ist der Trainer aller Trainer in der Jugend in Wolfsburg. Also es wird kein Spieler, der je in Wolfsburg gespielt hat und ihn hatte, würde niemals was Schlechtes über ihn sagen. Also es gab Spieler, die haben nie gespielt bei ihm, aber die würden heute trotzdem noch super über ihn reden, weil der war wie ein Vater, weißt du, der hat dir immer bei allem geholfen. Auch mir hat der sehr geholfen. Ja, und der wollte mich damals haben, aber Wolfsburg war noch nicht so überzeugt von mir und ich hatte dann einen Jahresvertrag, es war halt so mäßig auf Probe, ob ich wirklich gut genug bin. In der U17? In der U17, genau. Und ja, dann war das so, bin ich hingewechselt, aber es gab halt noch Probleme mit Hannover, weil die halt gerne wollten, dass ich bleibe, weil da halt die Zeit angefangen hat, dass ich wirklich richtig gut bin oder richtig gut geworden bin. Und dann bin ich aber dann zu Wolfsburg gegangen und dann war ich dann halt ein Jahr da, aber es war halt super. Hast du da dann im Internat gewohnt oder hast du noch zu Hause gewohnt? Nee, ich habe noch in Hannover gelebt und ich bin dann halt auch da zur Schule gegangen. Das heißt, 6 Uhr morgens aufstehen, zur Schule fahren und dann war ich halt so gegen 8, 9 Uhr wieder zu Hause. Crazy. Das ging dann halt ein Jahr so. Aber das zehrt richtig an den Kräften. Also, weil ich hatte auch so etwas Ähnliches. Ja, es ist schon hart, aber ich wusste halt schon früh, was ich wirklich will. Ich war im Tunnel, ich war klar in meinem Kopf, was ich wirklich will und da war mir auch egal, ob ich eine Stunde fahren muss oder sieben Stunden fahren muss. Ich wollte wirklich nur Fußball spielen auf einem sehr hohen Niveau und vor allem in Wolfsburg hat es halt extrem Spaß gemacht mit John, Isaiah. Das waren ja halt meine Jungs und die haben jeden Tag halt so Spaß gehabt. Also, großartig. Also, ich finde grundsätzlich überhaupt diese Einstellung zu haben, mit 16. Ich glaube, wo viele Jungs dann an andere Sachen denken, Frauen, keine Ahnung, die ersten Partys oder so, die kommen, da wusstest du dann schon die ganze Zeit, okay, das ist der Weg, ich möchte den unbedingt gehen. Ja, weil für mich war es halt immer so, weißt du, wenn Lehrer dir manchmal fragen, dein Plan B, ich habe sowas nicht. Ich habe immer Plan A gehabt, mir war immer klar, ich will Fußballer werden, ich werde Fußballer. Und da war mir auch egal, was dazwischen kommt oder Nebengeräusch, war mir alles egal. Eindruckend. Dann bist du dort, wie lange gewesen? Also, du bist ja bis zur zweiten, glaube ich, noch hoch. Genau, also, ich war bis U19 Ende und dann noch so zwei, drei Monate U23, aber dann bin ich auch in der Transferperiode, bin ich dann noch gewechselt. War das kurz vor knapp oder war das schon länger geplant dann in der Periode? Ja, es ging halt darum, ob ich einen Ruhigvertrag kriege bei Wolfsburg, aber in dem Zeitpunkt war es halt schwierig so, dass ich den kriege, weil ich halt auch schon ein bisschen Probleme gemacht habe. Ich war ja auch zum Beispiel suspendiert mal sechs Monate. Ernsthaft? Ja, ich war aber sechs Monate suspendiert. Also, ich habe dazu bisher nichts gelesen. Ich war mal sechs Monate in der U19 suspendiert. Warum? War das etwas, worüber man... Nein! Oh, shit! Aber da habe ich auch schon wieder, also da habe ich in Wolfsburg gelebt, da hatte ich eine Wohnung, aber ich war halt sehr faul. Welche Klasse war das? Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher, also... Du weißt, ich bin wirklich nicht mehr sicher, aber... Das ist halt so krass, weil du wusstest die ganze Zeit, ich will das machen. Das ist natürlich absolutes Risiko. Genau. Am Ende hat sich das für dich dann ausgezahlt. Genau, ja. Grundsätzlich ist es natürlich auch krass. Das heißt, du konntest... Hast du nicht mal mittrainiert oder hast du mittrainiert? Ich war kein Spieler mehr von Wolfsburg. Ich war sechs Monate... Ich habe in Wolfsburg gelebt und ich kann mich noch erinnern, da war so ein... Neben meiner Wohnung war so ein Kunstrasenplatz. Ja. Und da habe ich jeden Tag sechs Monate lang trainiert. Was? Und habe auf der Straße Fußball gespielt. Also das war wirklich so... Das war sechs Monate straight so. Ganz alleine. Sechs Monate... Also halbes Jahr, halbe Saison und 19, erstes Jahr. Das ist ja auch alle Fragen. War ich nicht bei Wolfsburg. Aber wie lange hast du denn gefehlt in der Schule? Es war so... Ich habe... Also ich habe nicht lang gefehlt. Ich habe so... Ich weiß nicht, vielleicht... Drei, vier Wochen gefehlt. Aber nicht straight, sondern so... Okay, okay, ja. Zwei Mal gehe ich, einmal gehe ich nicht. Und dann... Und das war dann so Disziplinarmaßnahme von Wolfsburg. Genau. Und das hat... Aber es waren nicht sechs Monate direkt. Es war so... Erstmal drei Wochen. Darf ich nicht trainieren. Aber dann habe ich es wieder gemacht. So verschlafen. Aber nicht mit Absicht, weißt du? Ah, okay. Okay, wieder eine Woche drauf, eine Woche drauf. Und das ging dann sechs Monate so. Also sechs Monate war ich dann offiziell raus. Und da bin ich zurückgekommen. Aber also wie war das so für dich dann mental? Wusstest du so, ich ziehe das hier trotzdem jetzt weiter durch? Gibt keine andere Option. Ja, das war ein bisschen so... Also in meinem Kopf immer noch. Ich werde es schaffen. Aber das war so... Ich bin ja gerade kein Fußballer. Ich bin ja vereinslos eigentlich, wenn du nachdenkst. Und ich bin 16, 17 gewesen. Und ich bin vereinslos an sich. Also das wusste halt nicht jeder. Das wussten die, die bei Wolfsburg gespielt haben, dass ich suspendiert war. Ja, dann war ich halt am Trainieren, wirklich jeden Tag trainiert, Fußball gespielt einfach. Und dann war irgendwann die Zeit, wo ich dann wieder die Chance bekommen habe, zurückzukommen. Und dann habe ich wieder gespielt. Wie war das so vom Verhältnis her? Weil du hast ja schon gesagt, mit John warst du richtig gut. Vom Niveau her, er hatte ja sogar dann ein-, zweimal die Chance, auch bei den Profis einerseits mitzutrainieren. Und ich glaube, er wurde irgendwie einmal eingewechselt. Ja. Hattest du jemals da so die Chance, dich überhaupt auch auf dem Niveau zu zeigen? Oder wurde dir das mäßig verwehrt? Oder hattest du gar nicht die Möglichkeit? Nee, leider hatte ich nicht die Chance. Aber es war für mich nicht... Es hat mich nicht aufgeregt oder so. Im Gegenteil, für mich hat... Es hat mich sehr gefreut, dass John die Chance bekommen hat. Auch aus dem Grund, weil ich wusste, was ich für eine Beziehung mit John oder mit Jesaja hatte. Und für mich war es immer so, wenn es einer von uns so schafft, dann heißt es, dass wir das zu dritt perfekt gemacht haben, weil wir haben immer zusammengespielt. Also wirklich immer zusammengespielt. Und ich wusste auch, wie Spieler über mich denken. Zum Beispiel, ich weiß nur, John hat immer zu mir gesagt, dass ich der Beste bin. Und wenn John zu mir sagt, dass ich der Beste bin, heißt das ja, was sehr gut ist, weil John immer so von dem großen Bild her der Beste war. Dann wusste ich sowieso, dass ich schon alles richtig mache, wenn Spieler so über mich denken. Aber wie geil ist das, so Supporter zu haben? Also so einen engen Kreis zu haben. Und vor allem, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, Fußballbusiness und vor allem ab dem Alter wird es Business. Das ist schon selten, ne? Weil man hat vielleicht mal Freunde oder man hat Leute, mit denen man sich gut versteht, aber dass jemand so, ich sage mal, uneigennützig auch so supportet und sagt, ey, ob du jetzt spielst, ich gönne dir das vom Herzen, selbst wenn ich auf der Bank bin. Nein, es ist einfach, es war eine Brüderschaft, weißt du? Es gibt viele, die spielen Fußball miteinander, aber das sind Freunde. Aber bei uns war es wirklich so Brüderschaft, weil wir alle aus einem Struggle halt hierhin gekommen sind. Wir wussten alle, dass wir auf einer Mission mäßig sind, weißt du? Und vor allem John, also John ist ja, ihr kennt ja seine Story, von wo der gekommen ist, der ist ja wirklich von... Williamsburg, Hamburg. Genau, der ist ja von irgendwo gekommen und das freut einen einfach. Und am Ende des Tages hat er sich das sowieso auch verdient, weißt du? Und genau dasselbe kann ich auch über Isaiah sagen. Also es war wirklich so eine Brüderschaft zwischen mir, Sidney auch noch, Sidney Jalo. Ich, Sidney, Isaiah, John. Spielen Isaiah und Sidney noch? Ich glaube, ich hatte irgendwas gesehen, in Holland oder? Ja, Isaiah war jetzt ausgeliehen in der zweiten Liga in Holland. Er ist jetzt beim belgischen Erstligisten und bei Sidney ist es halt ein bisschen schwierig. Wir waren lange auch nicht mehr so im Kontakt, aber auch ein bisschen schwieriger. Dann, als deine Wolfsburg-Zeit, oder gibt es so etwas, wo du sagst, da war noch irgendwie ein einschneidendes Erlebnis, außerhalb jetzt diesen Struggles, die du hattest? Was Schlechtes meinst du? Nee, was Positives auch. Ah, was Positives. Das muss ja nicht immer schlecht sein. Also ich sag mal, Athletes Room lebt immer so ein bisschen davon, dass man vor allem auch mal die Geschichten bekommt, die man über die Sportler meistens gar nicht erfahren kann. Und wo man auch sich mal selber ein bisschen so, ich sag mal, positionieren kann oder sagen kann, ey, es war nicht immer einfach, wie du das gesagt hast. Oder etwas, was besonders geil war. Vielleicht hast du da was, was dir direkt in der Zeit noch in den Kopf kommt. Weil ansonsten würde ich sagen, springen wir fast sogar zu deiner Österreich-Zeit. Ja, eigentlich nicht. Also Wolfsburg war, ich kann nur von Spaß reden. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mit meinen Jungs dann zu kicken. Aber ja, dann ging es für mich in ein neues Kapitel. Ich hab noch eine Frage. Als du von Hannover zu Wolfsburg gegangen bist, hast du gemerkt, dass das Training oder die Intensität anders ist? Oder war das für dich einfach so? Ja, auf jeden Fall. Also da hab ich dann auch angefangen so mit Technikübungen und so. Weil ich kannte das nicht. Also ich weiß nicht, ich wusste schon, ich hab Technik auf dir. Aber so, zum Beispiel so, du spielst gegen eine Wand, dann muss dein erster Kontakt perfekt sein. Das kann ich nicht, weil ich den Ball normalerweise mit der Sohle mitnehme und dann lernst du halt neue Sachen. Und die hab ich dann halt bei Wolfsburg angefangen zu lernen und den Ball mit in die Bewegung direkt mitnehmen statt anhalten. Erster Kontakt. Genau, und das hab ich halt alles in Wolfsburg gelernt bei Herr Brauer. Und ja, auf jeden Fall so. Was ist so deine Inspiration als Spieler? Weil ich finde, wenn man deine Clips und so anguckt, du hast auch eher so einen fancy, flashy Stil, so Neymar-Style. Ist das auch so deine Inspiration? Ja, meine Inspiration war Robinho. Sehr Robinho. Neymar auf jeden Fall, ja. Aber Robinho hatten wir noch nicht. Viele sagen immer Ronaldinho. Ja, Robinho ist underrated. Aber er war auch Linksfuß. Ja, er war Rechtsfuß. Er war Rechtsfuß. Aber du bist Linksfuß. Ich bin Linksfuß, ja. Aber ich mag allgemein Spieler, die einfach das Spiel spielen, wo Fans hinkommen, um einfach zu sehen, wie schön Fußball sein kann, weißt du? Ja. Mega. Du bist dann zu Admiral Wacker gekommen? Ja. Was waren deine First Impressions? Back, ich nenne es jetzt mal, in the Home Country? Ja, eigentlich war es ganz okay am Anfang. Also ich war auch froh jetzt. Ich wollte unbedingt in einer Profistation sein. Erste Liga spielen, weil auch Österreich ist keine schlechte Station. Und der Sportdirektor war auch Deutscher, der mich damals geholt hat. Und der Trainer war auch Deutscher erstmal. Aber der ist halt direkt gegangen, als ich gekommen bin. Also direkt am selben Tag. Das war ein bisschen scheiße. Aber sonst war gut. Also das erste Jahr war eigentlich ganz ordentlich. Ich habe gespielt. Und dann, das erste halbe Jahr war ordentlich, habe ich gespielt. Und dann haben die Felix Magath gekauft, als Investor. Also der war, Admira ist, der Sponsor von Admira war Flyer Alarm. Und der Chef von Flyer Alarm war dann Felix Magath. Und wir kennen alle Felix Magath. Und wir Spieler haben uns schon gedacht, wie kann das sein, dass so einer wie Felix Magath jetzt hier irgendwas, weißt du, was du sagen hast, bei so einem kleinen Verein. Aber war er Trainer oder war er so Sportdirektor-mäßig? Er war nicht Sportdirektor, er war Präsident mehr. Aber er hat den Sportdirektor rausgeschmissen. Er hat alles, alles, Admira hat er um sich gemacht. Er hat seinen Ex-Trainer geholt, seinen Co-Trainer. Sportdirektor war auch von ihm. Also alles, es war wie, als wäre er der Trainer gewesen. Aber es war nicht öffentlich. Und er war halt mehr so ein Fan von Leuten, die laufen, die, weißt du. Die ackern. Ackern. Die arbeiten. Also ich arbeite auch, aber ich bin... Aber so diese typische, so ein bisschen so Kämpfer. Messer zwischen Zehen und so. Genau, und so einer bin ich halt nicht. Und er war halt kein Fan von mir so wirklich. Und dann war das immer so, auch in dem Zeitpunkt, dann habe ich ja wieder Rückblicke gehabt von Hannover, von Wolfsburg, wo ich halt früh schon Sachen gesehen habe, die man nicht gesehen hat in meinem Alter. Und das hat mich halt immer so stark gemacht. Ich habe dann weiter trainiert, mehr gemacht. Hattest du dadurch dann auch weniger Spielzeit? Ja, ich hatte sehr wenig Spielzeit. Das heißt, davor hast du immer gespielt und dann plötzlich gar nicht mehr? Ja, nicht immer gespielt. Das war ja mein erstes Jahr Profi so. Aber ich habe halt oft Einsätze bekommen. Also es war nie, so dass ich nie gespielt habe. Ich habe immer dann ein paar Fragen gespielt, drei, vier Spiele, dann einspielbar und immer so, weißt du. Also ich hatte Spielrhythmus und als er gekommen ist, war das dann alles komplett weg. Und ich habe dann auch gut trainiert. Ich war immer der Beste im Training. Auch die Spieler wussten, ich bin der beste Spieler hier. Aber es ist halt schwierig, wenn Magath da ist. Und dann, wie ging es weiter? Dann bist du sozusagen aus dem Heimatland plötzlich nach Frankreich, zu Clermont. Genau, aber es ist noch nicht ganz zu Ende. Nein? Es war dann die Rückrunde. Ach, es war Corona noch? Ja, es war alles in Corona. Es war dann noch die Rückrunde. Und ich habe da nicht gespielt. Dann war noch der Trainer von ihnen da und alles. Und wir sind ja dann sogar fast abgestiegen. Also am letzten Spieltag, vorletzter gegen letzten. Und wir haben es dann noch geschafft. Dann sind wir in der Liga geblieben. Und dann war es so, ich wusste, ich wollte gehen. Aber der Verein wollte mich gehen lassen, aber irgendwie auch nicht. War dein Vertrag ausgelaufen oder hattest du noch ein Jahr? Ich habe einen neuen Vertrag und ich hatte noch drei, vier Jahre. Also ich hatte noch einen längeren Vertrag. Aber sie waren nicht so entfernt von mir. Aber die wollten auch nicht, dass ich gehe. Ich wusste halt selber nicht so genau, was jetzt wirklich abgeht. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann gesagt habe, ich möchte gerne gehen. Die haben das dann auch verstanden. Und dann gab es halt die Wahl Clermont. Also bei dem Verein war ich jetzt. Oder zu einem Drittligisten. In Deutschland? In Deutschland, aber ein Drittligisten. Dann ist er ein No-Brainer. Ja, aber es war so schwer für mich, weil Clermont war ja kein Liga-Verein in dem Zeitpunkt. Die waren ja zweite Liga. Die waren zweite Liga. Und ich war dann da und ich habe dann ganz überlegt, was soll ich jetzt machen? Weil ich wusste, safe. Ich werde nicht in Admira bleiben, weil es keinen Sinn macht für mich. Soll ich jetzt nach Deutschland gehen? Dritte Liga? Weil ich weiß, das ist nicht mein Fußball. Oder soll ich nach Frankreich, zweite Liga gehen, wo ich halt die Liga nicht kannte? Ich kannte den Verein auch damals nicht wirklich. Und dann dachte ich mir auch so kurz, was passiert mit mir? Weil vor einem Jahr war ich noch in Wolfsburg, war ja Talent, war gut, war einer der Besten. Und jetzt bin ich hier und weiß nicht mal, was ich machen soll. Und dann habe ich mich für Frankreich entschieden, weil auch der Präsident mir ein gutes Gefühl gegeben hat. Und der hat mir dann auch wirklich seinen Plan erzählt, was die mit mir die nächsten drei, vier Jahre vorhaben, wenn ich weiter Gas gebe, wenn ich an mir arbeite. Und bei dem Drittligisten war es so, dass der Trainer mich unbedingt haben wollte. Aber du wusstest halt, der Fußball dort, der gespielt wird, der passt eigentlich nicht so. Und am Ende des Tages war es auch dann der Verein, wo ich Gott sei Dank nicht hingegangen bin, weil dann auch nichts Gutes in dem Verein passiert ist. Schön, okay. Aber ja, dann habe ich mich für Clermont entschieden. Kurze Frage da, weil du gerade eben meintest, die waren ja dann in der Ligue 2. Ja, genau. Wie richtig gesagt. Französisch ist das nicht mehr so gut. Wie ist das Verhältnis gewesen aus der österreichischen 1. Liga im Vergleich zu der 2. in Frankreich? Und hattest du das gemerkt, dass es da, war es schlechter, war es gleich gut, war es besser? Ich war ja nie da. Ach so, du hast da, ah nee, du wurdest direkt ausgeliehen, ne? Genau, es war so. Aber von den Spielern hast du da mittrainiert? Ja, ich habe ja danach, wo ich dann, aber zwei Jahre später sind ja ganz andere Spieler als am Anfang. Ach so, das heißt, du hast gar nicht diese, ich sage jetzt mal, dieses Gefühl da bekommen. Nein, es war, also entweder gehe jetzt in die 3. Liga oder ich gehe in die 2. Liga Dänemark. Das war es eigentlich. Ach so, das heißt, das war direkt der Plan? Genau, das war direkt der Plan, mich ausleihen. Der Plan war, mich auszuleihen und dass ich dann das nächste Jahr dann zurückkomme. Und ich war dann halt am Überlegen so, ich war bei Wolfsburg, soll ich jetzt 3. Liga spielen oder soll ich 2. Liga Dänemark spielen? Und da war ich wirklich sehr, sehr verzweifelt. Und da kann ich mich auch erinnern, ich war immer so, wenn irgendwas schwierig war, war ich dann einfach auf dem Fußballplatz und ich wusste, wenn ich mich dann am Ende entscheide, wird das das Richtige sein. Dann bin ich um, ich kann mich noch erinnern, da bin ich so um, also ich habe mich ins Stadion von Admirer geschlichen, habe ich dann so, war ich dann in der Mittellinie und habe da, also mich einfach hingelegt, nach oben geguckt, und da war ich so 3, 4 Stunden. Crazy. Das ist so eine Geschichte. Und dann war ich so, einfach am Überlegen, was soll ich jetzt machen, weil ich wusste, ich muss am nächsten Tag entscheiden, weil die Transferperiode nicht mehr so lang war. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Ich liege da rum, ich liege da rum. Aber erklär mir kurz eine Sache, weil ich finde das, alleine dieses Bild, wenn man sich das vorstellt, wie Mo auf diesem Rasen liegt, wie kamst du auf die Idee, dass du dich da hinlegst, weil du dachtest, Fußball, das ist da, wo du die beste Entscheidung treffen kannst? Weil Fußball mir alles gegeben hat. Also immer, wenn ich Probleme hatte, war es immer Fußball, was am Ende des Tages mich dann wieder aufgerappelt hat. Und ich wusste, wenn ich da hingehe jetzt, wird das Richtige passieren. Ich war mir da so sicher. Dann bin ich da hingegangen und hat bis Sonnenaufgang so. Und dann habe ich gedacht, okay, ich glaube schon, dass Clermore das Richtige sein wird. Dann habe ich mich für Clermore entschieden und das war noch so, dass am nächsten Tag Admira das Spiel hatte. Und ich weiß noch, mein Berater damals hat gesagt, dass sie noch mit mir reden wollen, um mich zu halten. Aber es war dann so, der ist zu mir gekommen kurz, hat gesagt, willst du wirklich gehen? Und ich habe dann, weil ich wusste, dass er mich anlügt, habe ich sogar Tränen in den Augen bekommen und meinte einfach so, bitte lass mich einfach gehen, wirklich, ich möchte nicht mehr hier sein. Dann bin ich gegangen am nächsten Morgen lese ich eine Nachricht, also lese ich in den Nachrichten von Admira Wacker, ja, wir brauchen keine Ballerstär oder so. Also die brauchen keine Künstler. Das ist so. Und die haben mich einfach weggeworfen, weißt du? Da dachte ich mir, okay. Wie heißt das Wort? Ballerstär haben die. Das ist Österreichisches Wort mehr. Ballerstär. Aber wusstest du das zu dem Zeitpunkt, was das heißt? Nee, nee, ich habe dann Österreicher gefragt und die haben mir halt gesagt so, Admira braucht gerade keine Spieler, die gut am Ball sind. Die brauchen mehr Spieler, die arbeiten, weißt du? Crazy. Das ist mir okay. Wahnsinn. Richtig Entscheidung getroffen. Ja, richtige Entscheidung getroffen. Aber genau da muss ich jetzt noch kurz einmal einhaken, ne? Weil ich jetzt ja auch gerade eben ein bisschen den kleinen, ich hätte fast gechokt an der Stelle mit deinem Lebenslauf, weil der ist halt so verrückt, wenn man sich das anguckt, ne? Und man kann das halt, dann ging es für dich zu Clermont, aber eigentlich erstmal in die dänische zweite Liga? es ging, weil das war der Partnerfein. Clermont hatte zwei Partnerfeine, einmal in Dänemark und einmal in Österreich, zweite Liga, Lustenau. Und es war auch so, die haben in Lustenau, also das war das erste Jahr mit dem Partnerfein aus dem Dänischen und die hatten aber Lustenau auch noch und es waren fünf Spieler, glaube ich, in Lustenau. Von Clermont. Von Clermont. Und ich war der Einzige, der in Dänemark war. Darüber habe ich auch mal nachgedacht. Warum nur ich? Weil das Ding ist, wenn du weißt, ein anderer ist auch noch live von den Feinden, fühlst du dich halt besser. Weißt du? Und ich bin dann nach Dänemark und ich war der Einzige und ich habe sowieso schon Probleme mit Kälte, weißt du? Ich brauche das nicht. Dann bin ich dann... Wo liegt das? Also wo liegt der Feind? Dänemark. So Aarhus, weißt du, wo Aarhus ist? Genau. Das ist in Aarhus, glaube ich. Ah, okay. 20 Minuten entfernt. Genau, dann bin ich da angekommen und dann habe ich auch direkt dieses Gefühl gehabt, ich bin ein Leihspieler, Leihspieler, weil ich direkt gespielt habe. Aber ich habe nicht gut gespielt. Also ich habe wirklich so, das war nicht ich. Und ich habe dann erstmal fünf, sechs, sieben Spiele gespielt und dann auf einmal nicht mehr. Weißt du? Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt wird es langsam zu viel. Ich bin in Dänemark und ich spiele nicht, das kann nicht sein. Und ja, dann lief die Saison so Ops und Downs. Ich habe, keine Ahnung, drei Tore oder so, zwei Assists, keine Ahnung. Dann hat der Zeitpunkt, so die letzten fünf Spiele, hat es da angefangen, so, dass ich dann auf einmal so richtig gut geworden bin wieder. so richtig so, weißt du, ich habe mich schneller gefühlt, ich habe mich einfach besser gefühlt als jeder und so. Und das hat dann damit angefangen, dass in Dänemark war so ein Jahr, wo ich ja richtig viel gearbeitet habe. So, ich war immer im Gym, ich war immer noch letzter auf dem Platz, Schüsse gemacht, Läufe gemacht, alles so, komplett gearbeitet. Und dann habe ich, diese letzten fünf Spiele, habe ich das gespürt und wir haben ja da auch im Abstieg gespielt. Und ab da, das geht bis heute weiter, also ab da hat es angefangen, da hat es so Klick gemacht. Genau, wo dann alles halt direkt straight up ging und dann war es so. Kurze Frage da, wie kam das aber, dass du dann gesagt hast plötzlich, also weißt du, checkst du es wo ein? Nein, also ich habe, ich habe gearbeitet schon die ganze Zeit, aber ich habe, ich habe nie dieses Gefühl gehabt, dass ich das so auszeile, weißt du? Ich habe immer noch so Fehler gemacht, die ich nicht machen darf in gewissen Zonen und so und irgendwann fühlt mir das alles so leicht und dann hatte ich diese Konfidenz und dann habe ich doch die Konfidenz von den Spielern, von den Trainern wieder gespürt, so Trainer kommt zu mir und sagt, weil ich hatte, ich hatte eine rote Karte bekommen, ein Spiel vorher und dann kommt er zu mir und sagt, wir brauchen dich genauso wie letzte Woche wieder so, weißt du, genau so und dann wusste ich, okay, jetzt, hattest du so dein Momentum. Ja, jetzt mache ich es wieder richtig und, letzten fünf Spiele, wir spielen um Abstieg, ich mache Tore, ich mache Assis wieder und, ja, dann haben wir die Liga gehalten und in dem Zeitpunkt ist Clermont aufgestiegen in die Liga. Weißt du, und ich denke mir jetzt, warte mal kurz, spiele ich jetzt Liga? Zweite dänische Liga. Genau, weil es war ja, der Plan war ja, ein Jahr und dann gehe ich zu Clermont. Clermont steigt auf, ich denke, ich spiele jetzt Liga oder was? Dann war, die Saison war vorbei, ich gehe ganz normal wieder nach Hause, aber das war nicht dieses Gefühl, wie sonst immer, weil, du weißt, wann du Vorbereitung hast, aber ich wusste einfach nichts, also ich wusste nicht, wann ich wo sein muss, ich wusste es einfach nicht. weil du auch gar nicht in diesem, ich sag mal, Daily Doing drin warst. Genau, genau und dann war ich immer noch bei meinem alten Berater und dann habe ich ihn mal gefragt, so ja, was ist jetzt eigentlich los, wo muss ich denn und so? Hat er die angerufen, meinten die, die sind gerade in den Planungen und so, die wissen selber nicht, wann Vorbereitung beginnt, aber das ist ja eigentlich Quatsch, also man weiß schon im Urlaub, wann du wieder zurück musst und dann war ich halt in Hannover, war im Trainieren, war halt noch ein bisschen mit meinen Freunden weg am Anfang, dann war ich, ich weiß schon noch, ich war kicken und dann kriege ich einen Anruf vom Präsidenten und der sagt so, ja, wir sind sehr froh über deine Entwicklung, aber wir denken, du musst noch ein Jahr ausgeliehen werden. Wo er das gesagt hat, war das so ein, ich kann dieses Gefühl, einfach nicht beschreiben, als hätte mir jemand eine geklatscht oder so, einfach von hinten so, bumm, wo ich denke mir so, warte mal, das kann doch nicht wieder sein und so und, warst du so ein bisschen emotional gebrochen? Ich war kaputt, ich bin zu meiner Mutter gegangen und ich weiß noch, mein kleiner Bruder war auch dabei, weil der ist so immer ein bisschen neugierig, weil der will immer wissen, Transfer, so, wohin gehst du und so und ich habe angefangen, wir haben alle geheult, meine Mutter hat geheult, mein Bruder hat geheult, nicht aus dem Grund, dass ich wieder lai bin, sondern aus dem Grund, dass sie mich so gesehen haben, weil ich war wirklich, ich war noch nie, glaube ich, in meinem Leben so down, wirklich noch nie und er meint dann, ich soll zu Lustenau gehen. Zu dem zweiten Partner. Genau. Aber ich habe schon erste Liga gespielt, Österreich, und jetzt soll ich zweite Liga Österreich spielen, dass hier Quatsch oft lebt. Ähm, ja und dann... Aber lass uns eine Sache versuchen irgendwie so mitzufühlen, weil du erzählst das gerade so extrem irgendwie nahbar, wieso hast du dich so gefühlt, wie du dich gefühlt hast? Also wieso warst du so traurig in dem Moment? Weil theoretisch ist ja die Journey nicht vorbei, weil du wusstest, okay, irgendwo dahinter geht es ja noch weiter, aber wieso war das für dich so ein Bruch, so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Schelle? Weil ich gefühlt die letzten drei Jahre immer Rückschläge hatte, in jedem Fußballjahr, und es wurde ja dann immer schlimmer gefühlt, äh, Admiere, ich komme dahin, ich denke, ich spiele, ich spiele nicht. Äh, Dänemark, ich denke, ich spiele, ich spiele nicht. Dann denke ich, ich gehe zu Clermont jetzt, kann mich zeigen, weil ich wusste ja immer noch, wie gut ich bin, dass ich vielleicht sogar besser als sie bin, aber halt einfach nicht die Chance habe. Boom, du gehst zur Lust, So immer rückstehen, nach rückstehen, oder irgendwann dachte ich einfach so in meinem Kopf, ich werde diesen Sprung niemals schaffen, in diesem Top liegen, weil, wie soll ich das schaffen, wenn ich es nicht mal schaffe, bei Clermont zu spielen, mit 21, aber das war, das war dumm gedacht, da war ich noch, war es noch nicht so erfahren, wie jetzt zum Beispiel. Und, äh, ja, das war so der Grund. Und ich bin dann, das heißt, du hattest auch in diesen ganzen Zeiten, und deswegen, ich hatte erst so gedacht, weil häufig, wenn man auch so Laien hat, dann kommst du zum Verein zurück, dann machst du die Vorbereitung dort, und am Ende, wir merken die so, ah, warte mal, ich glaube, doch woanders erst mal nochmal, sammle nochmal Spielpraxis. Bei dir war es ja so, dein Plan war von vornherein, du kommst gar nicht zu Clermont zurück, sondern du bist ja direkt immer von einem zum nächsten gegangen, ne? Genau. Aber, der Plan war ja immer, dass ich für Clermont spiele, und das verstehe ich jetzt heute, weil ich vielleicht, es ist ja auch klar, dass ich in Dänemark, so wie ich gespielt, ich habe in einer Saison fünf Spiele top gespielt, ich kann ja nicht von fünf Top-Spielen sagen, dass ich jetzt bereit bin, League-Ur zu spielen. und du musst dir vorstellen, es ist ja auch für den Verein was Neues, weil die jetzt das erste Mal League-Ur spielen, es ist ja nicht so, dass die drei Jahre spielen und dann einen jungen Spieler holen können und der guckt dann, wie es da ist, weißt du? Es ist ja für alle, für den Trainer, für Sport, es ist ja für jeden was Neues gewesen. Aber diese Perspektive hat man dann noch nicht. Genau, und dann bin ich zu Lussenau gegangen und ich weiß noch, ich bin dann von Hannover nach Zürich und der Präsident hat mich dann auch abgeholt und weißt du, wollte mir halt wirklich zeigen, ich bin das Projekt für Clermont und das habe ich auch, ab dem Zeitpunkt habe ich das auch gefühlt, weil er hat mich nicht damals aus Österreich abgeholt nach Dänemark zu fahren, weißt du, habe mich dann abgeholt aus Zürich, habe mich dann dahin gefahren, sind wir dann zusammengefahren, haben auch dann über alles geredet, so wie ich mich fühle und so wirklich, der wollte alles wissen über mich, wie ich mich fühle, dass ich jetzt da bin und so. Ich habe ihm dann auch meine Meinung gesagt, so ich fühle mich verarscht ein bisschen, weil die meintet, ein Jahr und dann komme ich, aber ich kann es halt jetzt verstehen, weil die aufgestiegen sind. Lustenau bin ich dann gekommen und da habe ich von erster Minute dann wirklich gemerkt, die wollen mir helfen, also von Trainer bis zur Köchin, jeder wollte mir helfen, die haben mir direkt die 10 gegeben, weil jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich die 10 trage, bin ich happy. Also das ist so wirklich mein, wenn ich die trage, bin ich anders. Und wieso nicht die 11? Nee, nee, 10. 10, 10. Wenn ich die 10 trage. Aber 10 passt ja auch zu deiner Position. Spielst du ja immer 10er, oder? Ja, genau. Wenn ich 10 trage, fühle ich mich einfach besser und ich kann mich noch erinnern, da war ein Brasilianer, der vorher auch da gespielt hat, ein Jahr und der ist ein guter Spieler und der wollte auch die 10 haben und am Anfang dachte ich mir so, was will der jetzt und so, lass schon mal bitte meine 10 trage, lass ich mich mal spielen, Und der hat sogar dann so, weißt du, der hat mir dann auf Portugiesisch in der WhatsApp geschrieben, so, ja, du bist ein unglaublicher Spieler und so, dir gebe ich die 10. Was? So, und dann dachte ich mir so, wow, und das hat er nach zwei Tagen geschrieben, der kam mich zwei Tage und sagte, ich bin unglaublich, okay. Was hat das dir so bedeutet, weil das ist glaube ich auch etwas, was du vorhin so beschreiben wolltest, ist, wenn man als Sportler irgendwie sich gewünscht oder irgendwie gewertschätzt fühlt, dann spielt man automatisch besser. Du spielst anders, du spielst anders, dann riskierst du auch Sachen, die du vielleicht nicht riskierst, wenn, weißt du, wenn Leute schlecht über dich denken, weil, wenn du weißt, jeder ist ein Fan von dir, jeder will dir helfen, dann dribbelt es auch mal an zwei, drei Leuten vorbei, weißt du, und dann wird es auch klappen, weil du weißt, die denken, dass du das schaffst und die glauben an dich, so, weißt du, und, ja, so war es in Lustenau, dann, dann war das noch, dass noch andere Leitspieler da waren von Klemmer, weißt du, dann hast du noch ein besseres Gefühl, weil du weißt, wir sind alle hier zusammen und es waren auch sehr gute Spieler, es war, Cem Türkmen, er ist von Leverkusen zu Lustenau gekommen, Brandon Bayer, er ist von Club Rouge, auch Top-Klub und dann noch zwei, drei andere, aber es waren halt zwei Spieler, das waren halt, das sind Franzosen, aber die waren noch für Lustenau, aber top, also die sind jetzt auch weg, der eine ist in Magdeburg, der andere ist bei Austria-Wien, also es waren, ihr hattet auch eine richtig starke Saison, dann gespielt, ihr hattet eine super Saison, also, da hat wirklich jede Position hat dann gepasst, so, und, ja, ich hab mich dann auch, halt sehr, das war dann halt so ein bisschen wie Wolfsburg, wir sind dann Freunde geworden, alle so, auch bis heute, so, halt wirklich sehr eng, und vor allem für mich war es dann, so im Mittelfeld waren wir zu dritt, und, äh, wir sind dann auch enge Freunde geworden, und dann hast du auch mehr Spaß, wir haben Fußballspiel, wir haben gespielt, viel mehr Chemie auch so, ne, im Spiel, wir haben gespielt in der Liga, wir haben uns, im Spiel haben wir uns kaputt gelacht, also, wir haben wirklich, es war geisteskrank, wir haben uns kaputt gelacht im Spiel, wir hatten nur Spaß, und, äh, Vergleich, dänische zweite gegen österreichische zweite Liga, äh, also, dänische ist schon härter, einfach so, es geht da richtig zur Sache, so wirklich, die treten nicht, so ein bisschen wie dritte Liga, aber Österreich hat auch was von dritte Liga, aber ist halt ein bisschen mehr spielerisch, so, da sind schon, da sind halt Akademiemannschaften von Salzburg, Liefering, Liefering, genau, Liefering, zweite Mannschaft von Rapid Wien, also, da sind schon einige, aber da wird einfach mehr Fußball gespielt, und, äh, ja, auf jeden Fall so war es dann, und, wir konnten halt Fußball spielen, weil wir halt, du musst dir vorstellen, wir waren jetzt, sechs Spieler, die von Clermont kamen, dann hast du einen Torwart, der super ist, hast du einen Verteidiger, der super ist, und hast einen Stürmer, der Top war, der hat, 25 Tore oder so geschossen diese Saison, alles, genau, der ist dann auch gewählt, wie viele Scorepunkte hattest du in der Saison? 30 insgesamt. In der Saison? Ja, in der Saison, 30 Scorepunkte. Das war dann Argument genug, dass du zurückkommst. Ja, genau, also für mich war es dann, es war dann halt klar, also ich wurde Spieler des Jahres, Stimmt. Spieler des Jahres wurde ich Wissenmeister geworden, ja, es war Traum, die Saison, also es war wirklich super und allgemein halt so, die Spieler, also ich würde immer, ich werde die Saison niemals vergessen, wirklich, es war eine Traumsaison, wirklich, es war unglaublich. So ein krasser Kontrast zu der Sommerpause davor wahrscheinlich. Ja, und deswegen denke ich auch so, es gibt halt, manchmal denkst du, es ist schlecht für dich, aber am Ende des Tages war das der Punkt, der mich dann wirklich jetzt hochgeschossen hat, so muss ich sagen, ich hab ja dann, in der Sommerpause hab ich geweint, hab gedacht, es ist vorbei mit mir, bla bla bla, und das war der perfekte Schritt für mich, also besser ging es nicht. Wahnsinn. Alles passiert aus dem Grund, Digga. Und diese Saison ist Admi Rauch abgestiegen. Die hast du gefressen, ne? Das, 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 das vergisst du nicht mehr, ne? Ne. Also ich glaube wirklich, dass dieses Jahr war so ein Magic, Revenge. Revenge. Revenge, ja. Sure. Boah. Ähm, ich wollte währenddessen, weil ich höre dir extrem gerne zu, ich wollte das nicht unterbrechen und als du über die Nummer 10 gesprochen hast, war mir direkt die Frage eingefallen, weil ich gesehen hatte jetzt, bei Clermont, wieso trägst du die Nummer 70? Weil die 70 so ähnlich ist wie die 10. Und die 10 war nicht frei? Die 10 war nicht frei, aber diese Saison kriege ich die 10. Safe? Ja. Dann, dann kann man sich jetzt endlich ein Trikot sozusagen von dir mit der 10 holen, ne? Ja. Aber 70 ist cool. Auch cool, ja. Es haben eh jetzt Leute angefangen, 70 zu tragen. Aber wieso behältst du jetzt nicht 70 so, auf Brand mäßig? Ne, ne, 10 ist, also wenn ich die Tragung nicht, ich fühle mich anders, ich fühle mich einfach anders. Ich hätte niemals gedacht, dass das so eine Zahl war. Für mich ist 23, ich finde 23 ist sick einfach. Ja, die ist auch gut, aber für mich ist 10. Ich weiß noch, als Hispu, erstes Jahr, da hatte ich glaube ich die 32 als DB und dann zweites Jahr konnte ich die 23, weil Senior war, Wow, anderes Level. Das ist dieses, ne, wenn man mit der richtigen Nummer spielt, dann fühlt es besser. 99, Bruder, ich bin unstopped. Und wieso bist du jetzt 98? Von einer 98 jetzt, weil ein anderer hatte Vorrang, aber ich schnapp mir die, aber das Ding ist jetzt, bei mir ist das so, auf den, ich habe jetzt die Nummer und ich will jetzt nicht weggehen, weil alle haben jetzt schon 98 im Kopf, weißt du so. HK. Genau, aber im Fußball, das ist ganz anders als im Football, das stimmt. Nummer 10 ist schon was Besonderes. das ist ein Statement. Alright, lass uns, das war dann deine erste volle Saison, oder war das jetzt die erste volle oder hattest du noch einen kleinen Teil? Das war meine erste volle Saison. Und dann war halt zwischendurch noch U21, wo ich dann auch dabei war. Habe dann mein Länderspieldebüt gegeben für die Unionmannschaften. Es war wirklich ein super Jahr. Es war ein Traum für dich? Es gab nichts, also nichts, was mir gefehlt hat, wirklich. Was war so der größte Unterschied, als du dann so, also du hast dann die Saison gespielt und es war ja dann offensichtlich für alle, du kehrst zurück und es wird nicht nochmal eine Laie geben. rein von den Stats, rein von deiner Performance-Entwicklung. Wie wurdest du bei Clermont empfangen? Wie waren die ersten Trainings? Hast du direkt einen riesen Unterschied gemerkt, auch was das Leistungsniveau anging? Ja, es war dann so, ich wusste erst, dass ich zu Clermont gehe durch ein Interview am letzten Spieltag, weil ich war ja, ich war von, wann war das, Januar war wieder Saison, also Januar bis Juni war ich komplett verletzt bei meiner Leistung. Also ich habe nicht mehr auf 100% gespielt. Noch bei Lustenau? Ja, bei Lustenau. Ich habe nur mit Schmerztableten, also die, die dann da waren, wussten so, erste Halbzeit habe ich gespielt und ich hatte Leistungsprobleme, halt wirklich Extreme und in der Halbzeit bist du ja kalt. Und ich konnte nicht, ich musste immer irgendwie, ich musste Schmerztableten, ich musste Fahrrad fahren, ich musste mich massieren lassen. Ich konnte gefühlt immer nur 70 Minuten spielen, so. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann klar war, dass wir Meister sind, habe ich dann auch nicht mehr gespielt, also es war nur noch ein Spiel und ich hatte dann ein Interview am letzten Spieltag. Ich bin, ich war dann schon in Deutschland, da bin ich aber zurückgeflogen für das Spiel und noch Meisterschaft feiere, meinen Pokal abholen und so und dann war ich dann da, hatte ich das Interview und dann haben die mir halt gesagt, dass ich jetzt zu Clermont zurückgehe. Da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil das war auch zum Beispiel anders als in Dänemark. Zum Beispiel in Dänemark habe ich mir zu sehr Sorgen gemacht über Clermont. Ich habe zu viel an Clermont gewirrt. In Lussena habe ich nie, also habe ich immer so gehofft, dass die Zeit noch nicht vorbeigeht. Du weißt, ich habe mich immer gefreut, jeden Tag da zu sein mit den Leuten in Vorarlberg, wirklich sehr gefreut und das war ein großer Unterschied zu dem Jahr davor. Ich habe gar nicht an Clermont gedacht. Ich habe einfach an mich gedacht und an diesen Verein zu helfen, weil der ist ja 22 Jahre nicht aufgestiegen und es gibt so eine lustige Story, weil wir haben in der Hinrunde genauso gespielt wie, es war so vor sechs Jahren oder so, hätten die auch mal im Aufstieg gespielt und in der Rückrunde haben die das voll verkackt und wir hatten das auch. Wir hatten so fünf, sechs Spiele, die wir auf einmal nicht gewonnen haben. Also wie so ein Fluch mäßig. Genau, das nennen die Lussen auch so ein Fluch. Das haben die uns dann auch so, weißt du, in den Nachrichten steht dann, der Fluch geht wieder los, bla bla, 22 Jahre nicht aufgestiegen und dann sind wir aufgestiegen und dann wusste ich halt, dass ich jetzt auch dann zu Clermont gehe. Dann war das so, hatte ich dann einen Zoom-Call in der Sommerpause mit dem Trainer. War das der gleiche Trainer, der die ganze Zeit schon da war oder war der nochmal gewechselt? Nee, 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 das war dann der Trainer von Clermont. Also ich meine, der die ganze Zeit Clermont. Nee, ich meine, der war der von Anfang an, seitdem du auch bei Clermont warst. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, der ist schon, das ist das Gesicht von Clermont. Ernsthaft? Ja, ja. In Clermont, jeder liebt ihn. Also der, der hätte eigentlich jetzt aufgehört dieses Jahr, aber der macht jetzt noch ein Jahr weiter, weil die lieben ihn alle. Unglaublich. Also er ist wirklich das Gesicht und ich hatte dann einen Call mit ihm, einen Zoom-Call und der hat dann mir auch gratuliert zur Saison und meinte auch, dass er die Spiele alle verfolgt hat und dass ich einen großen Schritt gemacht habe und dass ich jetzt auch bereit bin, für Clermont zu spielen. Und ja, dann halt nur so, wie es mir geht, wegen meiner Leistung und so und dass ich nicht zu viel machen soll. Ja, dann war Sommerpause. Ich habe dann halt ein bisschen mit Familie verbracht, dann auch in Urlaub geflogen mit meinen Jungs. Dann hatte ich noch U21 sogar kurz, aber danach in Urlaub. Ja, und dann hatte ich so eine Behandlung wegen meiner Leistung. Dann war ich in München, weil ich halt noch sehr Schmerzen hatte und ich bin dann zurück nach Clermont. Halt das erste Mal. Ich war Katastrophe. Ich schwöre. Ey. Aber wieso? Ich weiß es nicht. Aufgeregt? Ich war nicht mal aufgeregt, aber guck mal, das Ding ist so, ich bin ja nicht normal zurückgekommen. Ich bin mit 30 Scorer-Funken zurückgekommen. Ah, okay, okay. Ich dachte so, ich bin der Chef hier. Ich bin der Guy. Aber ich war so schlecht. Ich bin, ich gucke mit dem Brat an. Ich sage ihm, ich muss wechseln. Ich sage ihm, das geht nicht. Weißt du, ich habe da so Ausreden gesucht. Ich meinte so, Hansesprache hier, keiner redet mit mir, ich fühle mich nicht wohl hier. Aber ich war einfach, ich habe jeden Ball verloren, so weil, ich bin beisicher. Ich bin technisch gut, ich kann gut Fußball spielen. und ich war schlecht. Ich war, ich kriege Ball, ich mache viel passend und ich höre nur so im Hintergrund. Oh, 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 ey, das killt einen am meisten. Ich schwöre und ich hasse das, ich hasse, wenn man das macht und ich denke mir so, fuck, was ist los hier? Ich bin am heulen, ich bin in meinem Zimmer, ich bin am heulen, ich kann nicht mehr, ich sage, ich muss weg. So, aber die Leute von Klamour, die glauben sehr an mich so und ich meine, dann macht die keinen Stress. Der Trainer auch direkt macht die keinen Stress. und ja, es lief dann die Vorbereitung, so ersten zwei Wochen war ich Katastrophe, aber irgendwann habe ich mich daran gewöhnt. So ein Groove. Genau. Ich glaube einfach, es war so das Tempo, erst einmal daran gewöhnen, Sprache, neues Umfeld und dann war es so, ja, Vorbereitung, es lief, lief, lief und ich wurde dann halt immer besser und dann war es so, wir hatten, also dann rede ich jetzt gleich auch über das Spiel. Wir hatten Vorbereitung, letzter Spieltag, also letzter Test und ich habe mich angefangen. Das heißt, ich wusste, okay, ich werde dann die ersten Spiele bestimmt nicht von Anfang an spielen. und er hat dann aber so gespielt, dass jeder so 60 Minuten bekommen hat. Wir haben dann gespielt gegen Toulouse und ich war gut, ich war wirklich richtig gut so wieder und dann, erster Spieltag war Paris. Direkt breit. Erster Spieltag PSG und wir kommen zurück, weil wir hatten dann frei. Was dachtest du so in deinem Kopf? Dachtest du so, ich muss da spielen, ich will da spielen. Ja, in meinem Kopf war immer, weil ich weiß ja, was das für eine Chance ist, das League A am Ende des Tages, weißt du. Wie viele Menschen gucken auch League A nur wegen Paris. Das ist das Ding, das ist das Ding und in meinem Kopf war so, ich werde gegen Paris nicht spielen, weil halt ich davor nicht in der Startelf war und ich habe halt in dieser ganz Vorbereitungszeit in einem Hotel gewohnt mit Brandon zusammen, also mit meinem Kollegen, mit dem ich dann auch nach Lust nahe und auch heute einer meiner besten Freunde und da kommst du zu mir am Sonntag, also Sonntag, wo wir dann so frei hatten, sagst du, Bro, you will play against Paris. Sag, Bro, stop, ich gebe mein Zimmer, bitte lass schon Ruhe. Don't talk me like that. Don't talk, Bro, chill. Und Montag komme ich ins Training, erste Training ist normal, also wir gewöhnen uns wieder, weil wir hatten frei und Dienstag fängt das schon an mit Startelf Bank und Trainer gibt mir Leibchen, wenn du Leibchen hast, heißt du spielst. ich denke mir, nein, das kann jetzt nicht sein, oder? Ich kann doch jetzt nicht gegen Paris einfach so spielen, weißt du. Und ich wurde, und ja, dann ab da wusste ich dann halt, okay, ich werde gegen Paris spielen, ich schreibe meinen Brater, meine Mutter, meinen Vater, meine Brüder, meinen Freunden, allen Jungs, ich werde gegen Paris spielen. War das in Paris? Oder habt ihr zu Hause? Nein, nein, das war zu Hause. Und ich wurde schon am Dienstag nervös, so. Also, ich habe so Schweißausbrüche und schon von dem Gedanken, dass ich gegen die spiele, Schweißausbrüche. Und das Schlimmste war, das Spiel war um 21 Uhr. Das ist häufig, ne? Ihr spielt immer so spät. Ja, also es wird immer die Top-Mannschaften spielen, so, weißt du, weil die halt dann auch englische Woche haben, die spielen ja dann Champions League oder so, deswegen spielen die schon Freitag. Und ja, dann war Freitag. Der Tag war so lang. Ja, natürlich. Ich bin die ganze Zeit nur überlegen, was mache ich heute? Ich sehe Messi, ich sehe Neymar, ich sehe die ganzen. Crazy. Vor allem, du machst ja auch nichts mehr Großartiges davor. Du machst nichts. Du willst einfach nur spielen. Ich wollte einfach nur spielen. Und ja, dann, ich kann mich noch erinnern an Besprechungen und ich habe auf einmal behindert geschwitzt. und nochmal geschwitzt. Und Brandon und ich sind ja immer nebeneinander. Ja. Der so, was ist los mit dir? Und ich so, Bro, ich kann nicht mehr dazu. Ich bin zu nervös. Und ich bin eigentlich nicht nervös, wenn es so Fußballspielen geht. und ja, dann, äh. Aber wie bist du da rausgekommen? Hast du, hast du irgendwas dann noch unternommen? Oder hast du das einfach auf dich zukommen lassen? Nein, einfach, ich habe mich dann, also ich weiß noch, weil das war auch mein erstes Spiel dann für Clermont in der Ligue 1. Ich habe mich dann hingelegt und einfach so über meine ganzen Jahre davor nachgedacht. So, ich habe... Hinlegen ist so dein Ding dann, ne? Ja, einfach hinlegen, Augen zu und nachdenken. Und ich habe dann mir gedacht, so, ich habe sowieso nichts zu verlieren. Ich komme von nichts. Und, äh, ich habe so viel gesehen. Vor was soll ich Angst haben? Ist ja, ist ja egal. Es ist Fußball am Ende des Tages. Und, äh, ja, dann ab dem Zeitpunkt wurde ich dann auch so, ich war immer noch nervös, aber nicht mehr so wie davor. Da habe ich mich auf das Spiel auch sehr gefreut. Ähm, dann, äh, hat es angefangen. Ich laufe auf Platz. Platz ist dann ganz normal. und gehe dann rein, sehe mich oben, mache halt mein Rituale, beten und so. Und, ich bin dann, ich habe immer einen Ball mit mir mit, bevor ich rausgehe. Mhm. Das ist ja ein Ball. Ich bin so am Tängeln, mache mich ein bisschen locker. Und irgendwas hat so angefangen zu riechen. So richtig gut. Und ich mache so. Guckst du nach links? Ich sehe, nehm mal. Ich mache, ey, der hat mir so schriezt, was ist hier los? Und das war alles so wie ein Film, wirklich so, richtig unreal, als würdest du irgendwas virtuelles spielen. Und ich denke mir so, was ist hier los? Auf einmal von hinten kommt so, Messi. Sie sind so am Reden und so. So, das sah alles so richtig unecht aus. Und auch beim Aufwerben so, ich gucke ganz da rüber. Ich gucke ganz da, so, was machen die jetzt? Ich gucke ganz da so. Ja, ach, okay. Und ja, dann hat das Spiel begonnen und ab da war es dann... Dann war Fußballspielen, kauf aus. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag für mich. Also ich habe auch gut gespielt, so. Und ab da hat es dann auch angefangen, dass man mich in Frankreich kannte. Und ja, es war wirklich überragender Tag, ja. Auch wenn wir 5-0 verloren haben, es war wirklich egal. Ergebnis spielt dann keine Rolle, ne? Auf jeden Fall. Wie würdest du sagen, wie ist dein Stand jetzt in Frankreich? Wenn du dich jetzt so, vorher warst du in Lussinau oder in Deutschland, in Österreich, ein bisschen mehr. Bist du da jetzt schon, dass man sagt, okay, man kennt ihn? Ja, auf jeden Fall. Also in Frankreich kennt man mich jetzt auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch so einen Young Star des Jahres bekommen. Es gibt so eine, du wettest so, es gibt halt so was, Fans, so einen Reporter und so wetten auf dich und ich habe das jetzt gewonnen, dass ich Young Star des Jahres geworden bin. Und das heißt dann für mich schon, ich habe viel richtig gemacht dieses Jahr. Auf jeden Fall geht noch mehr. Also ich auch selber weiß, ich kann noch mehr, ich kann auch noch höher spielen. Aber es hat mich schon stolz gemacht, weil das jetzt so mein erstes Jahr auf Top-Niveau war und ich habe... Du hattest ja auch schon wieder einige Scorer. Es waren jetzt keine 30, ich glaube irgendwas... Ja, 11. 11. 11, ja. Auf dem Niveau ist schon top. Also schon gut und ich hätte auch mehr machen können. Auf jeden Fall. Dieses Jahr jetzt, ne? Greifst du nochmal an? Dieses Jahr greife ich voll an. Ich habe noch eine Frage zum Paris-Spiel. Hast du die kurz Zeit genommen, um mit irgendwie Niveau oder so zu reden? Ja, also ich habe nach dem... Also ich habe beim Hinspiel... Also Rückspiel habe ich jetzt mit Kiki, also Mbappé, habe ich geredet. Auf denen seid ihr schon so beim Du mit Kiki? Nein, aber nicht in dem Prankreich so ist, deswegen Kiki. Verstehst du? Alleine meine Mentalität kennst du in Deutschland, du sagst, du seid ihr schon beim Du. Nein, aber... Ja, ich z.B. mit Neymar habe ich dann auch... Ich habe auch Trikot und Bild mit ihm gemacht nach dem Spiel. Jetzt im Rückspiel. Es ist dann halt irgendwann so Gewohnheit einfach mit denen zu reden. Das sind auch Menschen, du kannst sie auch fragen. Dann geht... Also war so ein bisschen, oder was man häufig glaube ich auch hört, wenn man so seinen Idol oder seinen Vorbild trifft, dass so ein bisschen die Magie verloren geht. Ist bei dir dann auch irgendwann das so, dadurch, dass es Normalität geworden ist? Oder ist es für dich immer noch sehr special? Für mich war es, wenn ich z.B. das erste Spiel gegen Paris und das war auch der letzte Spieltag dann in Paris, habe ich halt gemerkt so... Ich bin halt nicht mehr nervös. Ich hatte zu viel Respekt im ersten Spiel. Z.B. wenn Verratti Ball hatte, wollte ich ihn nicht angreifen, weil ich mir dachte, das ist Verratti oder so. Aber irgendwann war ich... Ich habe dann auch in der Nationalmannschaft gespielt. Ich habe mit Alaba trainiert. Ich habe auch dann Sachen jetzt selber erlebt, wovor ich Respekt habe. Ich bin auch auf dem Niveau jetzt. So bis jetzt mäßig genau in diesem Top-Level. Genau, genau. Und dann war es auch z.B. im Rückspiel so. Es war mir geil. Ich wollte auch frech sein. Ich wollte auch auf Panda gehen oder so. Es war mir egal. Auf Panda, ich würde ihn lieben lassen. Krass. Wirklich krass. Also da ist es wirklich so ein Moment, wo, glaube ich, auch so ein Kindheitstraum in Erfüllung geht, dass man sagt, ey, ich bin jetzt da, da, wo du dir in Wolfsburg oder in Hannover noch gewünscht hast, irgendwann mal zu sein. Genau, ja. Aber es ist halt bei mir ein bisschen anders, weil es so schnell ging. Es ging einfach von heute auf morgen, war ich auf einmal jetzt hier so. Also wenn ich jetzt an Lusselau denke oder nach Dänemark, dann war das gestern, weil es gefühlt, jetzt bin ich hier. Also es war echt sehr, sehr schnell und ich bin auch froh darüber und ich habe auch genug dafür gearbeitet und ich werde auch weiterhin mehr dafür tun. Was erwartest du so nächste Saison? Also das erste Jahr jetzt bei Clermont war ja für dich so, ey, prove it here. Du musstest das zeigen, ey, ich habe das, was ich jetzt an Entwicklung in den anderen beiden Leihstationen sozusagen gemacht habe, musstest du beweisen. Du hast es jetzt bewiesen, du bist ein gestandener Herrenspieler in der Ligue 1. Wo, glaubst du, geht jetzt so die Reise im nächsten Jahr hin? Was sind so deine Ziele? Ja, ich möchte auf jeden Fall Champions League spielen. Das ist so mein nächstes Ziel. Ich glaube, es gibt keinen Fußballer, der nicht Champions League spielen will. Ich will mit Österreich EM spielen, ich möchte mit Österreich EM spielen, ich möchte die großen Turniere spielen, weißt du, ich möchte am Ende des Tages, wenn ich dann mit Fußball fertig bin, nie irgendwas auslassen, weißt du, ich will sagen können zu meinen Kindern später oder so, dass ich das und das erreicht habe und auch für mich selber, weil ich bin fußballverrückt und ich möchte die großen Sachen sehen. Nicht nur, ich spiele jetzt Liga, also okay, das reicht mir. Nein, nein, da muss noch viel mehr kommen, auf jeden Fall. Jetzt noch ein bisschen off-topic. Ich glaube, wir wünschen dir da nur das Beste. Ich glaube, deine Story ist phänomenal und die ist noch absolut nicht fertig. Wie ist grundsätzlich für dich, du lebst jetzt seit über einem Jahr in Frankreich, wie ist dein Französisch? Nicht so gut, aber verstehen, also ich hatte halt so ein bisschen Schule, wo ich dann halt die Fußballwörter so lernen musste und die habe ich jetzt eigentlich auch alle verstanden. Das heißt auch, der Trainer macht auch Ansagen, wenn ihr Teamhotel seid oder so, immer auf Französisch oder auf Englisch? Ja, der macht die auf Französisch, aber es ist bei uns so, die, die nicht aus Frankreich kommen, kriegen halt so ein Mikrofon, also Kopfhörer und ein anderer hat dann ein Mikrofon und der übersetzt uns das dann. Crazy. Hands up? Ja, ja. Crazy. Franzosen, die wollen kein Englisch lernen, denen lügt das nicht. Die helfen uns sehr. Ich bin schockt, ich wusste nicht, dass das so funktioniert mit diesem Direct-Übersetzer. Ja, der ist dann so ein bisschen weiter weg und hat dann so ein Walkie-Talkie-Ding und erzählt uns dann halt, was der Trainer will. Krass. Heftig. Hätte ich nicht gedacht. Aber Arbeit, hast du Bock noch da drauf, dass du irgendwann so fließend sprechen kannst? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, weil mir auch dieses Land sehr gefällt, der Fußball gefällt mir da sehr und ich habe auch selber gesagt, also ich sehe mich auch in Frankreich die nächsten Jahre und auf jeden Fall muss ich dann auch die Sprache lernen. Stark. Vielleicht ein letztes Thema, was uns auf jeden Fall auch vorher noch interessiert hat. Wie kam es eigentlich dazu, dass du, du hattest ja glaube ich schon vielleicht, oder hattest du früher schon die Anfragen von Gambia und Senegal oder war das erst später? Es war alles später, also wo es dann halt angefangen hat, dass mein Name ein bisschen verbreitet worden ist in Frankreich, dann, es war komisch, es war halt, ich habe die, also aus Gambia habe ich schon früher bekommen, aber es war mir klar, okay, wenn ich jetzt nach Gambia gehe, werde ich vielleicht Afrika abspielen, aber halt nicht so große Turniere, die ich halt, was ich halt wirklich unbedingt will und bei Senegal war das so, die haben mir die Anfrage, also die haben mir gesagt, dass sie es wollen, als ich zu Österreich gerade gegangen bin und dann bei der Nations League und dann war es so, wenn ich eine Minute mehr in der Nations League spiele, darf ich nicht mehr für Senegal spielen und dann war es halt schon zu spät so, aber am Ende des Tages bin ich schon glücklich, dass ich für Österreich spielen darf, es ist auch mein Zuhause so und auch mit dem Trainer Rangnick habe ich da eine gute Person, die mir viel beibringen kann im Fußball. Absolut anerkannte Personen. Genau, auch mit David, der mir viel beibringen kann und Anatovic, da sind schon Leute. Ja, Österreich hat inzwischen eine geile Nation, also da sind wirklich Top-Jungs dabei. Auf jeden Fall. Baumgartner ist ja jetzt auch absolut oben auf der Map. Also ich habe nicht mehr vielen zuzufügen. Hast du irgendwas, was du noch... Nein, also der Story ist echt interessant, echt geil. Ich sage dir ehrlich, der Anfang. Gehört auch wirklich zu den Top, man hört dir extrem gerne zu und ich freue mich wirklich, wenn es bei dir noch weitergeht. Ich glaube, da ist extrem viel Potenzial. Danke. Und ja, gerne. Ich würde jetzt einfach dann das Outro sozusagen mal anmoderieren. Lasst gerne Liebe da, vor allem bei Mo. Verfolgt ihn in Frankreich, vergisst ihn nicht. Ich glaube, ihr könnt alles über DAZN auch gucken. Merkt euch seinen Namen, merkt euch seinen Namen. Merkt euch seinen Namen. Und lasst auch gerne Liebe hier Feedback da. Wen wollt ihr noch im Athletes Room hören? Einerseits. Und lasst gerne fünf Sterne und ein Abo da. Wir freuen uns über jeglichen Support. Verstehst du? Zeig Liebe, Diggi. Ciao, ciao. Einde.